Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur OpenXCOM. Wir wollen uns mal ein bisschen um unsere Soldaten kümmern. Ich habe mir, also erstmal haben wir einen neuen Mitstreiter, Tweaker, der Sniper sein möchte. Und um etwas Platz zu schaffen, werde ich die aussortierten Soldaten jetzt auch mal rausschmeißen. Weil wir haben ja ein volles Team, abgesehen von den beiden Verwundeten. Dafür werde ich zwei in der Hinterhand behalten, aber den Rest, den brauchen wir ja tatsächlich nicht. Weil ich meine, mehr als ein volles Team können wir ja eh nicht haben. Deswegen würde ich sagen, mache ich das erstmal. Wie mache ich das? Hier. Also, du kommst weg, 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 du kommst weg. Und dann, nein, Purchase. Dann können wir sechs Leute nachkaufen und da ist hoffentlich einer dabei, den wir dann in Tweaker verwandeln können. Was mir beim Ansehen des Videos aufgefallen ist, es gibt hier ganz mysteriöse Knöpfe. Diese hier. Wozu sind die gut? Damit verändern wir die Position im Skyranger. Vermute ich mal, weil die Position dieser Liste ist ja völlig unerheblich. Und warte mal, kommt... Ja, ihr beide standet vorne letztes Mal. Okay, man kann also die Undocumented Feature, würde ich das mal nennen, zumindest war es mir nicht bekannt, man kann tatsächlich die Soldaten im Skyranger positionieren, wie man es möchte. Indem man sie hier in die richtige Reihenfolge bringt. Also das hier ist vorne. Das ist die erste Reihe, also am Ausgang. Ah, very nice. Das... damit werden wir uns dann gleich noch beschäftigen. Da kann man das nämlich ein bisschen... besser machen. Dass wir es tatsächlich unsere Scouts vorne haben. Und... gleich noch was anderes, was ich machen wollte. Allerdings nur temporär, aber zumindest erstmal temporär, werde ich euch Namenszusätze geben, damit ich weiß, welchen Job ihr habt im Team. Weil das... Ich weiß es... Also ich habe es noch nicht im Kopf, wer sozusagen Scout ist und wer hohe Reaktionen hat etc. pp. Und da will ich dann nicht immer auf den Statscreen gucken muss, will ich das jetzt mal auf diese Weise machen. Du bist... Scout. Du bist... Sniper. Du bist... Heavy Weapons. Du bist... Sniper. Du... gebe ich dir keinen besonderen Zusatz. Du könntest... 57. Ja. Okay, du hast auch keine besonderen Sachen. Du kannst auch Scout sein. Und bist auch Sniper, aber Sniper will ich für die reservieren, die quasi nicht unbedingt das Scouting erledigen sollten, wegen ihrer nicht so hohen Reaktionen. Also mit anderen Worten, alles was hohe Reaktionen hat, wird Scout, ob sinnvoll oder nicht. Aber dass ich zumindest weiß, wen ich auf diese Weise benutzen kann. Du bist eher Sniper. Ups. Ja. Bist auch eher alles. Das hätte ich vorhin schon sagen sollen, bei Xerado. Du bist alles. Keine besonderen, besonders herausragenden Fertigkeiten. Du bist sowieso raus. Warte, machen wir mal ein kleines X draus, damit ich das später nicht mit dem zehnten Klon verwechsle. Wo wir hoffentlich nicht hinkommen werden, aber man weiß es ja nie. Du bist auch... bist auch alles. Du auch. Okay. Gut, also das werde ich wieder rausnehmen, wenn ich mir das ungefähr gemerkt habe, wer was kann. Aber ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Okay, das war das. Und ich habe auch nochmal über die Situation nachgedacht. Ich habe ja... ich weiß gar nicht, in einem der letzten Videos davon gesprochen, dass ein Unterschied zum Original die Tatsache ist, dass sich alle Aliens zu Beginn einer Kampfmission dem Skyranger alle zugewendet haben. Ich bin mir ziemlich sicher. Also ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe mir auch die die erste Mission nochmal angeguckt. Aber in der zweiten Mission war es ja so, da wir ja da so am Kartenrand gelandet waren, gab es dieses Problem nicht. Aber das tut man ja selten. Ich denke, das wird einen nicht unerheblichen Faktor ausmachen. Ich habe mir überlegt, was ich mal ausprobieren will. Um das etwas zu dagegen zu steuern, gegen diesen... gegen diese Besonderheit. Weil dafür ist der Rest des Spiels ursprünglich ja nicht ausgelegt gewesen, für diesen Vorteil der Aliens. Obwohl das natürlich völlig logisch ist, dass die zum Skyranger gucken. Ich meine, da ist gerade dieses Ding gelandet. Aber was ich mal machen will, damit das vielleicht etwas ausgeglichen wird, ist unter Advance Battlescape Instant Grenades. vor allem für Smoke Grenades. Also wir hatten ja nun das Problem, Instant Grenades hätte uns in der ersten Mission oder John hätte das in der ersten Mission auch nichts gebracht, weil das Werfen ja schon den Reaction Shot ausgelöst hat. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass die Tatsache, dass wir nicht noch eine Runde warten müssen, in so einem Fall, das vielleicht ein bisschen ausgleicht. Also ich will es jetzt mal ausprobieren, wie Instant Grenades sich so anfühlen. Es könnte sein, dass das, weil das auch etwas ist, was das Original nicht vorgesehen hat. Es kann auch sein, dass das Spiel dann etwas zu einfach macht. Ich glaube ich zwar nicht, aber zu einfach sicherlich nicht. Also einfach her. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall dieses Problem in Anführungsstrichen mit dem nicht eingeplanten Vorteil der Aliens zu Beginn einer Kampfmission vielleicht etwas reduziert. Also ich würde sagen, wir probieren es mal aus. Ihr könnt ja schreiben, was ihr davon haltet von der Idee. Vielleicht auch, wenn wir es einfach mal ausprobiert haben, wie sich das aussieht, wie sich das anfühlt. Und ich werde mir auch überlegen, wie sich das anfühlt. Also Instant Grenades bedeutet das genau, dass die Granaten, die wir auf 0 Turns gesetzt haben, also 0 Turns, dass die auch tatsächlich gleich explodieren. Und nicht erst am Ende der Runde. Bei Smoke Grenades wäre das halt so, wie bei Xenonauts. Bei den normalen Granaten wäre das halt, da war es auch bei Xenonauts so, dass sie erst am Ende der Runde explodiert sind. Für diese Granaten ist das halt ein bisschen problematisch. Also für die normalen Sprenggranaten. Weil da die Tatsache, dass sie sofort explodieren, halt tatsächlich einen Vorteil bringt. Erstmal den Vorteil, dass das Alien dann womöglich schon weg ist und nicht mehr auf irgendwen schießen kann, der da noch rumläuft. und zum anderen, dass man sich auch sicher sein kann, wenn eine Granate nicht ausgereicht hat. Also damit verschafft man sich bei Sprenggranaten definitiv einen Vorteil. Ich will mal gucken, ob mir das zu viel erscheint. Es ist durchaus möglich, dass ich das nach einer Mission dann wieder ausschalte. Aber wie gesagt, schreibt mal, was ihr dazu haltet. Also es ist zumindest nichts, was man sagen würde, das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Also dass Granaten sofort explodieren, wenn sie geworfen hat. Das könnte mir auch vorstellen, dass der Schwierigkeitsgrad des Spiels das aushält. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Und ihr schreibt dazu, was ihr davon haltet. Okay. So, da war jetzt eine Menge gequasselt wieder mal. Wollen wir noch irgendwas bauen? Nicht wirklich. Sind auch unter einer Million. Da würde ich sagen, warten wir mal ab, was die Aliens machen. Aliens machen gar nichts, aber die Post bringt Avalanche Missiles. Sehr schön. Und unsere Wissenschaftler haben die Laserpistole erforscht. Eine Laserpistole ist eine effektive Implementation of new technology. It has the convenience of a pistol with faster and more accurate firing. Ja? Mhm. Und vor allem mit keiner Munition. Und das ist also auch eine, also eine Science-Fiction Laserpistole. Keine reale Laserwaffe. Also wir machen damit tatsächlich Schaden. Und zwar haben wir gesehen, 46. Das ist so viel wie eine Auto Cannon. Mehr als eine Auto Cannon macht. Und auch mehr als 50% mehr als ein Rifle macht. Also das ist auf jeden Fall die Waffe der Wahl jetzt. Ich hatte überlegt, ob ich erst aufs Medikit gehe oder erst aufs Laserrifle. Ich werde erst aufs Laserrifle gehen. weil das ziemlich wichtig wird. Und ich denke, wir können, also ich hoffe mal, dass wir es vermeiden können, uns häufiger treffen zu lassen. Oder da haben wir zumindest die Möglichkeit. Aber die Tatsache, dass wir mit einem Laserwaffel einfach Schaden machen, den wir sonst einfach nicht anrichten können, das ist denke ich einfach ein größerer Vorteil. Weil ich meine jetzt gegen die Sektolz ist es egal. Da kann man doch mit einer Laserpistole drauf schießen. Allerdings wird es ja nicht lange bei den Sektolz bleiben. Deswegen würde ich sagen, erst mal Laserrifle und danach dann Laser, äh, danach dann Medikit. So, und wir bauen jetzt auch gleich mal welche. Und zwar eine volle Ladung für Monthly Profit. Ah, ah, okay. Können wir das dann, ach, können wir direkt produzieren und gleich automatisch verkaufen. Okay, also das ist dafür da, wenn man Sachen nicht für den Einsatz produzieren will, sondern, ähm, für, für Profit. Also man Geld verdienen will damit, was man in diesem Spiel eigentlich nie muss. Aber da die Ingenieure ja häufig nichts zu tun haben, kann man auf diese Weise halt immer noch ein bisschen Geld produzieren. Ich glaube, das Profitabelste sind Lasercannons, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, das sieht man hier dann gleich. Wir wollen allerdings nichts verkaufen. Wir wollen das für uns, für den Einsatz benutzen. Das heißt, ja, kostet halt 112.000. Naja. 17 Tage, gut, das wird eine Weile dauern. Unsere Soldaten sind da, sehr schön. Dann wollen wir mal schauen. Erstmal, also mal wieder Fleischbeschau. Wir haben hier, ja, nicht schlecht. Können wir behalten. Der ist sehr gut. Maximale Reaction, ziemlich gute Firewinge QSC. Ich würde sagen, Tweaker, hier haben wir jemanden für dich. Ähm, du wolltest Sniper sein. Ja, du bist halt ein Sniper mit sehr guten Reaktionen. Das schadet nicht. Okay, du bist raus. Du bist auch nicht schlecht. Dich heben war auch auf. Ähm, also du bist raus. Ja, da kannst du eigentlich auch raus. Wir sammeln jetzt auch einfach, ähm, schon mal für möglicherweise zukünftige Todesfälle, äh, schon vorab schon mal Fleischhüllen, sozusagen, in die wir dann, ähm, zu klonende Soldaten stecken können. Äh, also den behalten wir, dich werden wir, dich machen wir zu Tweaker. War es doch, glaube ich. Und du wolltest Sniper sein, oder sowas in der Art. Okay. So, euch können wir dann rausschmeißen. Können ich euch eins, wie viel haben wir dann? Eins, zwei, ja, das passt. Du bleibst weiter hinten und jetzt können wir uns die Leute ja mal richtig hinstellen. Bintas ist noch Scout, Agent Orange war, hatte die besseren Reaktionen, da kommst du mal nach da. Bintas nach da. Bintas. Was mache ich, klicke ich denn hier? Also du kommst, ach nee, nee, haha, das ist nicht auswählen, das ist ja rein und rausnehmen. Nee, nee, wir wollen dich nach unten. Sniper weiter nach hinten, Sniper weiter nach hinten. Ja, das ist okay so. Ach, du hattest doch auch, nee, das muss man über den Soldier Screen machen. Du hattest, du hattest auch ziemlich viel Stärke, ne, die können wir auch zum Heavy Weapons machen. Wenn wir irgendwann genug Lagerkapazität haben, damit wir uns auch Munition für unsere Heavy Weapons kaufen können. Aber dazu müssen wir leider noch warten. So, und dann können wir die anderen jetzt einfach mal die überzähligen Xe einfach mal rausschmeißen. Okay. Äh, da waren noch ein paar, was haben wir denn? 15 Soldaten, das sind, wir haben, also von Abonnenten haben wir ein Elfer-Team, also denke ich mal, werden wir auch erstmal mit einem Elfer-Team spielen. Und dann haben wir also vier auf, äh, in Reserve. Gut, da würde ich sagen, dann können wir noch fünf, äh, Engineers kaufen. Okay. Okay. Gut. Okay. Wieder ein UFO, das vor uns wegfliegen will. Äh, schauen wir mal. Ähm, oh, verdammt nah an unserer Basis, hol das da mal weg. Sehr gut, mit dem letzten Schuss getroffen und abgestürzt, sehr gut. Dann warten wir mal, bis es Tag wird. Okay. Ehhh, checken wir unser, äh, 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 mehr als eine wird es leider nicht, aber immerhin haben wir eine Laserpistol dabei, allerdings haben wir auch nichts, wir haben keine Raketen mehr. Das heißt, wir haben aber auch den Soldaten, der die Raketen benutzt hat, nicht mehr. Äh, wie lange seid ihr noch? 100? 8 Tage? 6 Tage? Okay, okay, gut, dann rüsten wir jetzt mal unseren Skyranger aus. Also. Wir haben 11 Leute, das ist okay, die beiden, das lasse ich erstmal, die beiden Überzähling lasse ich hier. Ne, warte mal, gar nicht wahr, wir haben ein 13er Team, wenn ihr beide wieder fit seid. Haben wir also nur, ah, super, ne, ist noch besser. Ähm, also wenn alle fit sind, sind wir zu 13. Na, ist gut. Okay, äh, Equipment. Also, wir können den Rocket Launch, den können wir hier lassen, weil wir haben keine Rockets. Dafür nehmen wir die Laserpistole mit. Äh, die Stunwards brauchen wir nicht, weil wir niemanden stunnen können. Also, weil wir keinen Dicks haben. Ne, Alien Containment. Äh, wir haben 11 Soldaten, 8, wir haben 3 Heavy Cannons. jetzt ist es eine Taktmission, Flares brauchen wir auch nicht. 10, 10, 11. Und derjenige mit der Laserpistole, der kann auch eine zusätzliche Granate. Achso, okay, gut. Äh, so, dann intercepten wir das mal. Crash Site 1. Ach ja, stimmt, die anderen sind ja alle gelandet. Äh, Exercise Caution, there may be operatives in the UFO or around the Crash Site. Ja, wir. Oder, ja, die meinen die Aliens, egal. Alien Operatives. Äh, Mission will be successful, when all enemy units have been eliminated. Ja, gut. So, achso, ich habe auch die, ähm, hab ich, ne, am Anfang wieder die ganzen Sachen vergessen. Ähm, zum Vergleich mit der vorigen Mission habe ich diesmal den Zoomfaktor, äh, so gewählt, wie wir es ganz am Anfang hatten. Also dieses etwas rausgesumte, also höhere Auflösung. Ähm, wollen wir uns mal angucken, wie das bei Tag aussieht. Ähm, aber vorher wollen wir mal unsere Kollegen hier ausrüsten. Ähm, Sniper. Sniper mit einer Hilfe, warum nicht? Ähm, du, 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 du snipest auch mit dem Ding und zusätzlich noch sowas dabei, was du nicht mehr tragen kannst. Ja, machen wir das so, dann kriegst du ein bisschen Stärke dazu. Und ich würde sagen, Zugang ist unser höchster Rang, ist es nicht, das ist, wer ist denn der höchste Rang hier? Attentuo, du bist Sniper, äh, ich wollte gerade sagen, der höchste Rang hat sich die beste Waffe verdient, aber, ähm, als Sniper mit einer Pistole, das wirkt irgendwie ein bisschen komisch. Deswegen gehen wir zu an die. Du bist ja auch der Erste, der, äh, rausmarschiert, da ist das vielleicht gar nicht schlecht. Ähm, dann kannst du noch eine zweite Smoke-Vinade vertragen, das brauchst du dann nicht mehr. Äh, okay. Okay. Was habt ihr denn alle zwei Smoke-O-Nähtze? Das ist ja seltsam. So, du kriegst erst mal das Gewehr. Okay. Wärst du noch vorne Agent Orange, du kriegst auch eine zweite Smoke-Renade, die du nicht mehr tragen kannst. Aber so, ein Scout sollte sich schon vollständig weit bewegen können, das wird sonst doof. äh, okay. Okay. So, was haben wir jetzt unsere... Du bist der Sniper, das heißt, du schießt ohne Hoch-Ex-, äh, High-Ex-Pluses, obwohl du eigentlich... Wer sagt denn, dass man nicht mit, äh, exklusiver Munition snipen kann? Ähm, und der andere... Cendiary werden wir nicht brauchen. Vielleicht brauchen wir die Muni. Okay, ich glaube, das ist soweit passabel. Dann speichern wir das und gucken uns mal an, wie es aussieht. Ah, wir sehen gleich ein Alien. Oh, das ist Mountain-Terrain. Das ist ein verdammt seltenes Terrain. Und das ist ein... äh, Large-Scout. Guck mal an. Hm, sehr schön. Ähm, ja, also da ist ein Alien, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, äh, wie üblich, äh, Beginn des Kampfes ein Save-Game. Und dann wären wir beim nächsten Mal hier. äh, anfangen und dann auch beurteilen können, ob dieser Zoom-Faktor passabel ist. Also, im Hellen sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus als im Dunkeln. Und wir werden auch schön drauf achten, ähm, wie das mit den Granaten sich anfühlt. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit, äh, und guckt das Alien? Ah! Okay. Das guckt nicht zum Sky Ranger. Vielleicht haben sie das inzwischen geändert. Also, ich weiß nicht, auf welch, ähm, also der, ähm, Forum-Post, wo ich das gelesen habe, vielleicht ist der nicht mehr aktuell. Hm. Weil, ich meine, du guckst definitiv nicht hier hin. Es kann sein, dass das in deinem Sicht guckt, ne, warte mal, der ist, so, 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 also, ich würde eher sagen, da machen wir mal ganz schnell die Instant-Grenades wieder aus. Weil dann wird's, das wollte ich ja nur machen, damit wir uns diesen Vorteil, diesen, diesen unfairen Vorteil, in Anführungsstrichen, äh, der Aliens ausgleichen. So wird das ja, ich glaube, so ist das besser. Ne, du guckst definitiv da auf den Felsen. Okay, gut, dann sprechen wir das gleich nochmal. Ähm, und dann spielen wir ohne Instant-Grenades. Weil sonst, also, dann haben die nämlich nur Vorteile und gleichen nichts aus und dann machen wir uns das Spiel einfacher. Okay, ja, also, dann beim nächsten Mal, jetzt aber, wird dann geballert und so weiter. Ne, also, bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.